palim palim herzlich willkommen zum 18 türchen wenn auch reichlich verspätet nichtsdestotrotz aus dem rituals kalender gab es diese kohle wunder maske purifying charcoal wandermask mit löffel applikator ich bin gespannt ja ach so okay ja man soll es erst in dem städchen ordentlich anrühren auftragen 20 minuten einwirken lassen und dann wieder abnehmen kann ich jetzt natürlich nichts riechen also es riecht schon aber ich glaube nicht dass das die maske ist gericht sondern der ganze kalender riecht ja deswegen nehme ich an dass es einfach den duft angenommen hat dann der lgc adventskalender ich finde das papier richtig schön diese karte ist von kira ach wie cool oh mein gott ist die süß ach du meine güte bohr das ist mal arbeit gewesen auch wie süß schaubike lagun alkoholfrei bohr das muss ich ausprobieren das sieht so dass sie zu lecker aus und was selber ausgeschnitten sieht man wahnsinn du meine güte da hat sich jemand aber so richtig mühe gegeben habe ich noch nie gesehen aber was für eine super tolle idee großartig einfach großartig kira danke für diese sensationelle karte diesmal echt der oberhammer ich habe noch nie so eine karte und ich habe den ganzen ordner voll jahren aber so eine habe ich noch nie gesehen toll große klasse ok weiter geht's mit kreativ und die katz quasi oder ja ach wie schön 45 stück oh wie cool da seht ihr sie einmal alle dann brauche ich sie auch nicht auszupacken aber die sind ja genial oder freue ich mich riesig drüber wie cool sind die denn bitte und hier mit vögelchen und schmetti und libelle und hier ist sogar nest ein paar pilze sind dabei ganz viele blumen hier ist noch ein nest ach mega richtig cool geil umat würde ich fast sagen dann hier aus dem bastel kalender aus der gruppe send with love in diesem fall von der lieben sylvie und unten drunter steht das finde ich richtig gut wenn es sich gut anfühlt dann mach es jawohl in diesem sinne sagte sie und scheiterte was hast du denn für ein kleber benutzt das ist nur taser film ich werde verrückt und das hält bombe okay das kommt zur seite ist das innen auch noch mal verklebt da ist schon mal was tatsache ja jetzt kommt da ist was und noch mehr jetzt reicht es ganz kaputt war okay apfeltee ich werde ihn probieren ich werde ihn probieren versprochen aber ich habe jetzt schon ein bisschen angst davor weil obst mag ich mich nicht richtig nach apfel finde ich gut werde ich ausprobieren ja hier hast du mir ein paar standsteile eingepackt quasi wie mini tags oder niedlich die sind ja mini tags kann man immer gut gebrauchen vielen dank dafür ach süß da hat sie gestempelt und gestanzt und dann auch noch in vielen verschiedenen farben das finde ich ganz toll frohe fest tage steht drauf in rot in rosa ein wunderschönes grün ein ganz gedämpftes orange ein gelb und ein grau voll schön ja ich glaube dann werde ich also ich habe ja die geschenke schon eingepackt alle eingepackt habe ich euch glaube ich schon erzählt ich glaube dann werde ich die noch mal ein bisschen verschönern guck mal kannst du auch darauf machen das werde ich auf jeden fall machen die werde ich gleich noch an die ganzen geschenke dran bapsen ist ein bisschen tee ausgekrümmelt fröhliche weihnachten und ein gutes neues jahr ich gucke mal eben rein okay das kann ich zeigen liebe mareike ich wünsche dir eine wunderschöne weihnachtszeit liebe grüße silvie ich finde deine schrift richtig schön und ich mag wie du das kleine s schreibst das ist wie ein und zeichen nur falsch rum das finde ich total toll ja richtig schön dankeschön liebe silvie werde ich bestimmt haben dieses jahr steht dem nichts im wege ach cool klebe bordüren auf dem obersten steht love drauf und sie glitzern und funkeln wie verrückt finde ich super cool mag ich total gerne habe ich nicht aber jetzt ah cool und dann auch noch mit klebbaren ecken ja ich weiß sie sind total kitschig aber manchmal stehe ich halt auch einfach auf kitsch guck mal wie niedlich die sind doch wunderschön und ich habe ja hier noch fat rosy stehen und da passt das optimal rein ach okay das ist schon fast zu kitschig auch für mich also die beiden die sind nicht so meins mit dem rest kann ich was anfangen aber mal gucken oft ist es ja so dass man wenn man neue sachen bastelt erst mal die materialien nimmt die man vielleicht nicht so gerne mag und dann hat man was gebastelt und finde es trotzdem mega toll obwohl sachen waren die man nicht so toll fand ja werde ich auf jeden fall ausprobieren definitiv cool richtig cool danke für das schöne türchen und den vielen glitzer freue ich mich sehr drüber okay und dann last but not least minas türchen für den junk journal kalender das ging ja mal leicht ich glaube ich muss noch mal umdrehen oh washi 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 guck mal wie niedlich ach das ist schön das ist echt schön ich habe ein hundehaar bekommen da ihr könnt das gar nicht sehen doch da ihr seht das nicht da ich habe ein hundehaar bekommen von wem ist das ich weiß die namen deiner hunde nicht ich kann es mir nicht merken aber ich habe ein hundehaar bekommen haha ein gewähltes schwarzes sehr schön sehr schön dankeschön ja cool das ist cool und so ein fettes türkis habe ich auch nicht lass mal eben gucken wie heißt es das sind crystal drops das ist ja toll crystal drops gloss okay muss ich ausprobieren hey bin ich blind warum steht denn die farbe nicht da sonst steht doch ach da sonst stand die farbe immer da hätte ich jetzt gedacht da caribbean ocean das ist cool richtig schön da freue ich mich riesig drüber ich liebe nouveau drops in allen farben ich finde sie grandios und das ist also nachtigall ich höre dir trapsen es ist ein feldstecher oh das ist cool hundemama nein wie süß ist das denn und das ist und das ist so ein richtig schwerer fetter emaille becher mit hundehaaren das macht mir gar nichts ich finde das sehr sympathisch hundemama das finde ich toll hinten auch nochmal richtig schön dankeschön es ist nina es ist erschreckend wie ähnlich wir uns sind und was für ähnliche gedankengänge wir haben das mehr kann ich nicht sagen aber das ist ganz zauberhaft ich freue mich da sehr 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 drüber dankeschön so ich werde gleich türchen nummer 18 ne 19 werde ich noch abdrehen und 20 werde ich noch abdrehen ich hinke hinterher wir sehen uns direkt im nächsten video bleibt dran hätte ich fast gesagt aber stimmt ja nicht schaltet direkt das nächste video an bis gleich tschüss